Hallo, mein Name ist Jan. Ich bin das erste Mal hier auf der JavaLand. Ich bin Newcomer und finde das Newcomer-Programm total toll. Ich habe gestern meinen Talk über Reactive Programming gehalten und bin einfach beeindruckt, was die JavaLand hier aufgefahren hat. Ich finde es super spannend, dass man Bühnen sieht, auf denen es wie eine Geisterstadt aussieht oder hier diesen super hellen Community Space, in dem sich ganz viele tolle Firmen vorstellen. Ich würde auf jeden Fall wiederkommen.